Mein Name ist Ulrich Tausend, ich bin Medienpädagoge und Game Designer und ich habe die Diskussion zum Thema Corona-Warn-App intensiv verfolgt und will mir jetzt diese App anschauen und installieren und das Ganze praktisch, ich sag mal, den Prozess kritisch begleiten. Und noch als Information vorweg, ich bin bei Amnesty International schon ziemlich lang, nicht besonders aktiv. Grundrechte sind mir sehr wichtig, mir ist aber auch sehr wichtig, dass wir durch diese Pandemie kommen. Ich sehe, dass Corona eine Realität ist und ich sehe auch, dass wir da möglichst gut mit umgehen müssen und habe bisher den Eindruck, dass so eine Tracing-App dafür eine sinnvolle Möglichkeit sein kann. Also so viel der Vorinformationen. Man sieht hier, ich habe Corona-Warn-App gesucht im App Store. Ich habe ein iPhone X und habe das schon mal eingegeben und jetzt gehe ich hier mal drauf. Dann sehe ich jetzt praktisch die Informationen, die es dafür gibt. Man sieht, obwohl sie erst heute Morgen freigeschaltet wurde, hat sie schon 230 Bewertungen. Das ist ziemlich viel. 4,8 Durchschnittsbewertung ist extrem hoch. Ist Nummer 1 in Gesundheit und Fitness. Hat hier offensichtlich großes Interesse gerade. Es ist ab 17 und älter geeignet. Steht hier, das weiß ich nicht, warum das so ist. Anscheinend ist es im Android-Store so, dass sie ab 0 ist. Ich wüsste jetzt momentan nicht unbedingt einen Grund, warum sie ab 17 und älter ist. Ich schaue hier noch ein bisschen rein. Hier steht ein bisschen was darüber. Gemeinsam Corona bekämpfen. Schützen Sie sich und uns alle. Überprüfen Sie, wie die Begegnungen mit infizierten Personen hatten. Erfahren Sie, wie Sie sich in jeder Lage richtig verhalten. Die App zeichnet Ihre Begegnungen auf, aber keine persönlichen Daten. Also zum Beispiel auch nicht den Ort, sondern nur, ob ich andere Leute getroffen habe. Nutzerinnen registrieren anonym ihre Corona-Tests und warnen andere. Soweit ich weiß, muss man das ja aktiv machen. Das heißt, wenn man das selber nicht macht, passiert auch gar nichts. Fragen Sie bequem über die App Ihre Testergebnisse ab. Okay, da wusste ich gar nicht, dass man das machen kann. Teilen Sie die App mit Familienfreunden und Bekannten. Genau, das ist eine App vom Robert-Koch-Institut. Das ist ja bekannt. Jetzt schaue ich mir einfach mal ein paar Bewertungen an, weil natürlich auch einige Leute das kritisch sehen. Offensichtlich 4,8 ist extrem positiv, hat man sehr selten. Aber ich gucke trotzdem mal rein. Macht, was es soll. Ruckzuck, alles wunderbar. Nicht viel zu sehen. Okay, diktatorische App. Klaut eure Daten. Ja, naja, also eine App kann schlecht diktatorisch sein, wenn sie nicht erzwungenermaßen installiert werden muss. Diese App muss ich aktiv installieren und aktiv tun. Ich wusste jetzt nicht, was daran diktatorisch ist. Sie klaut nur eure Daten. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Leute, die sehr kritisch im Datenschutz sind, wie zum Beispiel der CCC, der Chaos Computer Club oder Netzpolitik. Und die haben natürlich immer gesagt, man muss natürlich schauen, wie die App genau funktioniert. Aber dass die grundsätzlich mal Open Source zur Verfügung gestellt wurde, gibt ihnen die Möglichkeit, das anzuschauen. Und die haben im Großen und Ganzen gesagt, also dass sowas sinnvoll sein kann. Und dass eben diese App anders als zum Beispiel Facebook und einfach ein Smartphone insgesamt haben oder Google nutzen und sowas viel weniger Daten problematisch ist. Deswegen weiß ich nicht, ob das so stimmt. Dann haben wir wieder sehr viele positive. Was haben wir dann wieder? Vielleicht was kritisches. Das Internet ist für uns Neuland, wenn man die App vor zwei, drei Monaten gehabt hätte. Aber in unserem Land hat man ja bei jeder nichts Besseres zu tun und diskutiert über Datenschutz. Bei denen, die ernsthaft mal wieder wegen Datenschutz rumheulen, habe ich den Glauben verloren. Naja, also ich finde es wichtig, über Datenschutz zu reden. Und ich finde es wichtig, dass man wartet, bis so ein Ding auch irgendwie fertig ist. Und ich wüsste jetzt nicht, warum das dann drei Sterne hat. Genau. Was haben wir noch? Keine 20 Millionen wert. Jeder Schritt und jede Bewegung von mir wird hier überwacht. Ich bin total pro Corona-Maßnahmen und bin gerade bereit, bei einer Infektion alle Kontakte preiszugeben. Aber einfach so, einfach so zur Kontrolle jeden meiner Schritte nachvollziehen lassen. Dann gibt es keine Privatsphäre mehr. Naja, also es ist nicht so, dass jeder Schritt und jede Bewegung erfasst wird. Die App erfasst überhaupt keine Bewegung. Sie erfrisst nur, wenn mein Handy anderen Handys nahe kommt und beide Bluetooth anhaben und die App haben. Das heißt, es ist leider falsch, was er hier geschrieben wird. Und er findet, dass er keine Privatsphäre mehr hat, wenn er die App installiert. Nee, also wenn, dann hat er keine Privatsphäre mehr, weil er sein Handy benutzt und Facebook oder sowas. Aber nicht wegen dieser App. Die App ist die vielen Millionen nicht wert. Das kann ich jetzt schlecht beurteilen. Aber ich glaube, 20 Millionen Euro im Verhältnis zu den vielen Milliarden, die an Maßnahmen gerade getroffen werden, ist jetzt kein großer Punkt. Ab 17, da ist genau dieses Thema, was ich schon angesprochen habe, läuft nur mit iPhones ab bestimmten Versionen. Und hier sagt jemand zum Beispiel, für die neueste iOS-Version, für das 6er ist aber leider 12.4.7. Das stimmt nicht. Meine Mitbewohnerin hat ein iPhone 6 und hat die aktuelle Version iOS 13.5. Natürlich läuft diese App nicht auf den allerältesten Geräten. Das ist auch was Neues. Ich hoffe mal, da legen die noch nach. Das ist ein guter Punkt. Aber grundsätzlich muss ich sagen, die ganzen Probleme, die die Leute hier gesehen haben, denen kann ich nicht folgen. Jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe einfach mal in die App rein. So, jetzt bin ich in der App. Gemeinsam Corona bekämpfen. Mehr Schutz für Sie und uns alle. Ich lese es hier einfach mal vor, weil ich will mich ja gut informieren. Mit der Corona-Warn-App durchbrechen wir Infektionsketten schneller. Machen Sie Ihr Smartphone zum Corona-Warn-System. Überblicken Sie Ihren Risikostatus und erfahren Sie, ob in den letzten 14 Tagen Corona-positiv getestete Personen in Ihrer Nähe waren. Die App merkt sich Begegnungen zwischen Menschen, indem Ihre Smartphones verschlüsselte Zufallscodes austauschen. Und zwar ohne dabei auf persönliche Daten zuzugreifen. Ja, dann sage ich doch mal, los geht's. Datenschutzinformationen. In dieser Datenschutzerklärung erfahren Sie, welche Daten bei der Nutzung der Corona-Warn-App erhoben werden, wie sie verwendet werden und welche Datenschutzrechte sie haben. Damit diese Datenschutzerklärung für alle Nutzer verständlich ist, bemühen wir uns um eine einfache und möglichst untechnische Darstellung. Ich schaue mal gerade, wie lang das ist. Also ich glaube, wenn ich das jetzt hier alles lese, wären wir noch sehr lange beschäftigt. Ich versuche mal nur die Überschriften kurz mal zu scannen. Natürlich sollte man sowas immer ganz durchlesen, aber wer will dieses Video dann anschauen. Wer stellt Ihnen diese App zur Verfügung? Okay, ja, Pi mal Daumen hier, Robert-Koch-Institut. Ist die Nutzung der App freiwillig? Die Benutzung der App basiert ausschließlich auf Freiwilligkeit und so weiter und so weiter. Auf welcher Rechtsgrundlage werden Ihre Daten verarbeitet? Personenbezogenen Daten aufgrund der DSGVO, der Europäischen Datenschutzrichtlinie. An wen richtet sich die App? An die App richtet sich an Personen, die sich in Deutschland aufhalten und mindestens 16 Jahre alt sind. Deswegen ist es die App oder 17. Welche personenbezogene Daten werden verarbeitet? Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Sie sagen, es soll möglichst datensparsam sein. Dass die App keine Daten erfasst, die es dem RKI oder anderen Nutzern ermöglichen, auf ihre Identität, ihren Gesundheitsstatus oder ihren Standort zu schließen. Zunehmend verzichtet die App bewusst auf jegliche Erfassung oder Analyse eines Nutzungsverhaltens-Tracking-Tools. Die von der App verarbeiteten Daten lassen sich in folgenden Kategorien zuordnen. Das wird jetzt ein bisschen viel. Zugriffsdaten, Begegnungsdaten, Gesundheitsdaten. Okay. Dann funktionierende App. Die Risikoermittlungen. Tests registrieren. Also quasi, wenn man dann einen Test hat, dann kann man das da eingeben. Testergebnis teilen. Erst dann sendet die App auch wirklich die Informationen, dass man positiv getestet wurde an den Server. Welche Berechtigung und Funktionen braucht sie? Internet, Bluetooth, Kamera, Hintergrundbetrieb. Kamera, um einen QR-Code im Rahmen der Testregistrierung scannen zu können. Und bei Android-Smartphones auch noch die Standortermittlung. Das ist ein bisschen kontrovers, warum die Standortermittlung ihres Smartphones muss aktiviert sein, damit ihr Gerät nach Bluetooth-Signalen anderer Smartphones sucht. Standortdaten werden dabei jedoch nicht erhoben. Ich habe gelesen, dass man das nach Installation wieder deaktivieren kann und die App würde trotzdem funktionieren. Das weiß ich jetzt aber nicht so ganz genau. Genau. Mitteilung, dass man halt Bescheid bekommt. QR-Daten, genau. Wann werden die Daten gelöscht? Alle in der App gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für die Funktion der App nicht mehr benötigt werden. Das heißt, dieses Kontaktprotokoll nach 14 Tagen, automatisch. 14 Tage. Risikowert, sobald ein neuer Risikowert ermittelt wurde. Testregistrieren. Der gehashte Kennzahl wird auf dem Service-Team nach 21 Tagen gelöscht. Okay, also das wird jetzt gerade ein bisschen kompliziert und würde ein bisschen zu tief führen. Testergebnisse teilen, also im Großen und Ganzen nach 14 Tagen bzw. 21 Tagen. An wen werden ihre Daten weitergegeben? Also diese Zugwannszahlen werden an andere Leute weitergegeben. Zur Erwartung kriegen auch T-Systems und SAP. RKI wird als Auftragsverarbeiter des RKI tätig werden. Das heißt, sie kriegen bestimmte Daten. Im Übrigen gibt es RKI-Beson-bezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der Nutzung der App erhoben werden. Nur an dritter Seite, sobald das RKI rechtlich dazu verpflichtet ist. Oder die Weitergabe im Falle von Angriffen auf die technische Infrastruktur der App zu Rechts- und Strafverfolgung erforderlich ist. Eine Weitergabe in anderen Feldern erfolgt grundsätzlich nicht. Okay, das hört jetzt mal. Sagen wir mal so, wenn Facebook und Google so klar wären, wäre das toll. Werden Daten in einem Drittland übermittelt? Nur in Servern in Deutschland oder in einem anderen EU- oder IWR-Mitgliedstaat verarbeitet? Es ist ja auch in Diskussion, dass das Ding grenzübergreifend funktioniert. Widerrufe und Einwilligungen. Man kann halt jederzeit widerrufen. Man kann das Ding auch einfach in den Dienst lehnen, dann ist es wieder weg. Ihre weiteren Datenschutzrechte, bla 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 bla. Das sind jetzt noch ziemlich viele. Okay, so wie dazu. Weiter. Wie Sie die Risikoermittlung ermöglichen. Um zu erkennen, ob für Sie ein Infektionsrisiko vorliegt, müssen Sie die Risikoermittlung aktivieren. Die Risikoermittlung funktioniert, indem Ihr Handy per Bluetooth verschlüsselter Zufallscode anderer Nutzerinnen und Nutzer empfängt und Ihren eigenen Zufallscode an deren Smartphones weitergibt. Die Funktion lässt sich jederzeit wieder deaktivieren. Die verschlüsselten Zufallscodes geben nur Auskopf über Datum, die Dauer und die anhand der Signalstärke berechnete Entfernung zu Ihren Mitmenschen. Persönliche Daten wie Name, Adresse oder Aufenthaltsort werden zu keiner Zeit erfasst. Konkrete Rückschlüsse auf Personen sind nicht möglich. Einwilligungserklärung, um zu erfahren, ob Sie Kontakt mit einer infizierten Person hatten und für Sie ein Infektionsrisiko besteht, müssen Sie die Funktion Risikoermittlung in der App aktivieren. Die Aktivierung der Risikoermittlung und der damit in Zusammenhang stehenden Datenverarbeitung stimmen Sie mit Antippen des Buttons Risikoermittlung aktivieren zu. Um die Risikoermittlung nutzen zu können, müssen Sie zudem auf Ihrem iPhone die von Apple bereitgestellte Kontaktaufzeichnungsfunktion COVID-19 Kontaktprotokoll aktivieren und für die Corona-Warn-App freigeben. Hintergrund hier als Erklärung. Apple und Android, also beziehungsweise Google, haben gemeinsam zusammenarbeitet, um eine Schnittstelle zu bauen, die ermöglicht, dass Android-Telefone und iPhones oder iOS-Geräte sich gegenseitig sehen können mit Bluetooth LE, mit diesem Low-Energy-Bluetooth und sagen können, hey, hallo, hier bin ich. Wobei ich nicht heißt mein Name, in dem einen Fall der Ulrich Tausend, sondern hier heißt ich diese Zahl und diese Zahl wird alle 15 Minuten geändert. Und das läuft dann quasi im Hintergrund. Das läuft nicht automatisch, sondern das läuft nur, wenn eine App, wie in dem Fall jetzt die App des RKI, auf die Schnittstelle zugreift. Und auf die Schnittstelle zugreifen dürfen nur pro Land eine App. Das ist in Deutschland diese App, in Frankreich gibt es eine andere und so weiter und so weiter. Das heißt, nicht irgendeine x-beliebige App darf auf diese Schnittstelle zugreifen und das Handy macht von selber auch nichts, nur wenn diese App installiert ist. Ihr iPhone erzeugt und versendet bei aktivierter Kontaktaufzeichnung kontinuierlich Zufalls-IDs per Bluetooth, die von anderen Apple- und Android-Smartphones mit ebenfalls aktivierter Kontaktaufzeichnung in ihrer Umgebung empfangen werden können. Umgekehrt empfängt Ihr iPhone die Zufalls-IDs der anderen Smartphones, Die eigenen und die von anderen Smartphones empfangenen Zufalls-IDs werden in Covid-19-Kontaktprotokoll aufgezeichnet und dort für 14 Tage gespeichert. Mein sehr guter Freund Florian Metzger, mit dem ich zusammen eine Computerspielefirma hatte, hat das mal ganz kurz runtergebrochen und erklärt, wie das denn alles so funktioniert. Ich werde das verlinken. Die Ermittlung Ihres Infektionsrisikos lädt die App mehrmals täglich oder auf Abfrage eine Liste mit den Zufalls-IDs aller Nutzer, die ihre Infektionen mit dem Coronavirus in der App geteilt haben. Diese Liste wird dann mit den im Covid-19-Kontaktprotokoll gespeicherten Zufalls-IDs verglichen. Wenn die App dabei feststellt, dass Sie möglicherweise Kontakt zu einem infizierten Nutzer gehabt haben, werden Sie von der App informiert, dass Sie mit einer infizierten Person in Kontakt waren und insoweit ein Infektionsrisiko besteht. In diesem Fall erhält die App außerdem Zugriff auf weitere im Covid-19-Kontaktprotokoll Ihres iPhones gespeicherten Daten, Datum und Dauer sowie Bluetooth-Signalstärke Ihres Kontakts. Das heißt mit anderen Worten, das wird erst hochgeladen, bzw. erst kriegt da die App erst dann diese Information vom iPhone, wenn ich wohl mit einer Person in Kontakt war, davor nicht. Also das ist auch wieder datensparsam. Das heißt, die App weiß ganz vieles nicht. Erst kann sie es, darf sie es wissen, wenn sie es auch wissen müsste. Aus der Bluetooth-Signalstärke wird der räumliche Abstand abgeleitet. Je stärker das Signal, desto geringer der Abstand. Diese Angaben werden von der App ausgewertet, um Ihr Gesundheitsrisiko durch eine Infektion mit dem Coronavirus abzuschätzen und Ihnen Empfehlungen für die nächsten Schritte zu geben. Diese Auswirkungen werden ausschließlich lokal auf Ihrem iPhone durchgeführt. Und außer Ihnen erfährt niemand, auch nicht das RKI, ob Sie mit einer infizierten Person Kontakt hatten und welches Risiko für Sie Ihr Mittel wird. Wow, okay, wusste ich nicht. Also das heißt, noch nicht mal, das RKI weiß das. Das wird anscheinend nicht übertragen. Das wird also lokal gemacht. Das ist ja auch die Sache, das ist ja dieser dezentrale Ansatz, der von den ganzen Datenschützern oder von der überwiegenden Mehrzahl der Datenschützer bevorzugt wurde. Der auf der anderen Seite ist aber auch zum Beispiel RKI oder dem Gesundheitsministerium oder den Gesundheitsämtern etwas erschwert, weil wenn wir eine zentrale Datenverarbeitung und Datensammlung hätten, könnten die zum Beispiel wissen, oh, da waren ganz viele Leute mal an einem Ort und da war jetzt jemand infiziert und dann könnte man alle Leute informieren. Aber das geht eben nicht, weil das RKI nicht weiß, dass viele Leute an einem Ort waren, weil das wissen nur die einzelnen Handys selber. Und diese Informationen geben sie nur weiter, wenn, also die Informationen, dass die andere Leute gesehen haben, geben sie nur weiter, wenn sie infiziert sind. Und soweit ich weiß, kann man das dann nicht so leicht zusammenführen. Also es gibt quasi auch Leute, die sagen, der zentrale Ansatz wäre etwas schlechter für den Datenschutz gewesen, aber wäre praktischer. Genau, das ist noch eine Diskussion und die werde ich in nächster Zeit noch sehr genau beachten. Zum Widerruf Ihrer Einwilligung in die Risikoermittlung können Sie die Funktion über den Schieberegler innerhalb der App deaktivieren oder die App löschen. Wenn Sie die Risikoermittlung wieder nutzen möchten, können Sie den Schieberegler erneut aktivieren oder die App erneut installieren. Wenn Sie die Risikoermittlung deaktivieren, prüft die App nicht mehr, ob Sie Kontakt zu einem infizierten Nutzer gehabt haben. Um auch die Aussendung und den Empfang des Zufalls-IDs anzuhalten, müssen Sie das COVID-19-Kontaktprotokoll in den Einstellungen Ihres iPhones deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass die im COVID-19-Kontaktprotokoll aufgezeichneten fremden und eigene Zufallskennungen nicht in der App gelöscht werden. Die vom COVID-19-Kontaktprotokoll gespeicherten Daten können Sie nur in den Einstellungen Ihres iPhones dauerhaft löschen. Ich stelle mir jetzt mal vor, wenn es so leicht, wie es hier beschrieben wird, möglich wäre, sein Facebook mal dazu zu bringen, mal eine Pause einzulegen und nicht mich zu tracken oder Google oder sogar sein Konto zu löschen oder so, dann wäre ich echt glücklich. Das scheint hier etwas einfacher zu gehen. Die Datenschutzhinweise der App einschließlich Informationen zur Datenverarbeitung für die Risikoermittlung finden Sie unter dem Menüpunkt Datenschutzinformationen. Okay, ich will die Risikoermittlung aktivieren. Ich bin überzeugt. COVID-19-Kontaktprotokoll und Mitteilungen aktivieren. Dein iPhone kann zufällig IDs sicher erfassen und mit anderen Geräten in der Nähe austauschen. Die App kann diese IDs verwenden, um dich über einen möglichen COVID-19-Kontakt zu benachrichtigen. Das Datum, die Dauer und die Signalstärke zum Zeitpunkt des Kontakts werden mit Corona-Warn geteilt. Ich glaube, das ist keine Funktion der App, sondern das ist eine Funktion von diesem COVID-19-Kontaktprotokoll. Das heißt, wir erwarten einen Betriebssystemanteil von iOS. So sieht es zumindest aus. Und da mache ich jetzt aktivieren. Das heißt, ich erlaube jetzt der App, dieses COVID-19-Kontaktprotokoll auf das zuzugreifen und dass es dann auch Mitteilungen senden darf, also mich erinnern darf. Okay, falls Sie Corona-Positiv getestet werden, teilen Sie es bitte über die Corona-Warn-App mit. Freiwillig und sicher für die Gesundheit aller. Ihre Mitteilung wird zuverlässig verschlüsselt über einen sicheren Server weiterverarbeitet. Die Personen, deren verschlüsselte Zufallscodes Sie gesammelt haben, erhalten nun eine Warnung und Informationen darüber, wie Sie weiter vorgehen sollen. Okay, zum Glück wurde ich noch nicht auf Corona-Positiv getestet, aber es ist schon mal gut zu wissen. Warnungen erhalten, Risiken erkennen. Die App kann Sie automatisch über Ihren Risikostatus informieren und bei Neuinfektionen von Menschen, denen Sie begegnet sind, warnen. Denen Sie begegnet sind, warnen. Erlauben Sie der App jetzt, Sie zu benachrichtigen. Auf diese Weise können Sie sich zum Schutz Ihrer Mitmenschen in Isolation begeben und sich nach entsprechender Abklärung testen lassen. Ja, das heißt, wenn die App sagt, ey, du bist irgendwie gefährdet, dann soll sie mir Bescheid geben können. Ja. Ja, jetzt kommt wieder so eine Betriebssystem-Versionsanfrage, dass Corona-Warn mir Mitteilungen senden will und das erlaube ich. So, jetzt bin ich wohl in der App. Risikoermittlung ist aktiv. Ich habe ein unbekanntes Risiko, da Sie Ihre Begegnungsaufzeichnung noch nicht lange genug aktiviert haben, konnten wir, wie Sie, kein Infektionsrisiko berechnen. Aktualisierung alle 24 Stunden. Wurden Sie getestet? Helfen Sie mit, die Infektionskette zu durchbrechen und informieren Sie andere. Informieren und mitmachen. Corona-Warn-App teilen, könnte ich jetzt noch, also anderen Leute darauf hinweisen. Ich könnte ja vielleicht ein Video machen, wo ich sie installiere und dieses dann teilen. Naja, häufige Fragen, da können wir noch mal ganz kurz hinschauen. App-Informationen und Einstellungen. Ich gehe mal auf diese Risikoermittlung. Risikoermittlung ist seit weniger als einem Tag aktiv. Sie könnte also 14 Tage aktiv sein. Das heißt, es dauert jetzt erstmal 14 Tage, bis sie quasi voll gelaufen ist und dann werden die alten Daten immer gelöscht. So funktioniert die Begegnungsaufzeichnung. Das haben wir jetzt im Großen und Ganzen uns schon mal angehört. Das unbekannte Risiko. Also, ich bin noch ein unbekanntes Risiko. Ich soll mir regelmäßig die Hände waschen, habe ich schon oft gehört. Tragen Sie einen Mundschutz bei Begegnungen mit anderen Personen. Das versuche ich zu machen. Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen. Mache ich meistens. Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschenduch. Guter Punkt. Das Infektionsrisiko. So wird Ihr Risiko ermittelt. Da Sie die Risikoermittlung noch nicht lange genug aktiviert haben, konnten wir Sie kein Infektionsrisiko berechnen. Das Infektionsrisiko wird anhand der Daten und Risikoermittlungen mit Bezug zum Abstand und der Dauer. Ne, was ist da? Region vor Kontaktmitteilungen geändert. Covid-19 Kontaktmitteilungen werden von Corona-Waren in dieser Region möglicherweise nicht unterstützt. Du solltest in Einstellungen bestätigen, welche App du verwendest. Das ist jetzt, verstehe ich nicht ganz. Ich gehe mal auf Einstellungen und schaue mal, was er da will. Also er sagt quasi, wahrscheinlich diese, er denkt gerade vielleicht, ich bin nicht in Deutschland. Gehen wir mal rein. Das Kontaktprotokoll ist aktiviert. Aktive App Corona-Waren. Kontaktüberprüfung. Das ist eine Aufzeichnung aller Anfragen, dein Kontaktprotokoll der letzten 14 Tage zu überprüfen. Kontaktprotokoll löschen. Die Löschen deines Kontaktprotokolls empfinden alle zufälligen IDs auf deinem Gerät. Ich habe wahrscheinlich bisher wenige. Wurde noch nicht überprüft. Genau. Also das ist jetzt quasi Teil der Einstellungen, wie man hier sieht. Ich werde jetzt aber, also ich weiß nicht genau, warum dieser Fehler kam. Genau. Das war nur ein Hinweis. Hat ja auch nicht gesagt, das klappt nicht mehr. Also es könnte sein, dass es nicht mehr so ist. Das Infektionsrisiko wird anhand der Daten der Risikoermittlung mit Bezug zum Abstand und der Dauer lokal auf im Entgleich berechnet. Ihr Infektionsrisiko ist für niemanden einsehbar und wird somit nicht weitergegeben. Okay, das haben wir jetzt alles schon mal so ein bisschen gehört. Wurden sie getestet? Dann könnte ich jetzt hier eingeben. Dann kriegt man so eine TAN und dann kann man das so eingeben und dann kann man quasi im gewissen Sinne beweisen, dass man auch wirklich getestet wurde. Ich kann die Sache teilen. Und das wäre auch ganz wichtig, denn man sagt, diese App funktioniert vor allem dann gut, wenn 60 Prozent der Leute sie haben und auch geöffnet haben und auch aktiviert haben. Das wäre dementsprechend gut, dass es so ist. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass es passiert. Es gibt nur eine einzige App in Deutschland, die 60 Prozent aller Leute installiert haben. Und das ist WhatsApp. Auf keinem Land der Erde bislang gibt es eine Corona-Warn-App, die von 60 Prozent installiert ist. In Island ist es glaube ich 40 Prozent, in anderen ist es noch geringer. Ich fände es total wichtig, dass wenn Leute das einsehen und so unterstützen wollen, dass sie es auch tun und dann auch ihr Handy dabei haben und so weiter, weil das ist einfach ganz wichtig. Ich mache mal kurz hier meinen Flugmodus an, damit nicht ständig solche wunderbaren Benachrichtigungen hier reinkommen, die ich dann vielleicht wieder rausschneiden muss. Okay. Genau. Dann nochmal häufige Fragen. Ah. Sehr clever. Ich muss nochmal im Flugmodus rausgehen. So, häufige Fragen. Das ist jetzt auf der Webseite. Ich habe mal gehört, dass das nicht klappen würde. Irgendwo. Ich habe was drüber gelesen. Aber hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten. Das klappt zumindest. Scheint auf Android gerade nicht zu klappen. Warum brauchen wir eine Corona-Warn-App? Was macht die Corona-Warn-App? Wie funktioniert die Corona-Warn-App? Bin ich verpflichtet? Blablabla. Also, ich bin natürlich nicht verpflichtet, sie zu installieren. Warum sollte ich sie nutzen? Ich schaue jetzt mal gerade, warum. Ich gehe da einmal kurz. Sie tragen damit aktiv zur Eindämmung der Pandemie bei. Je schneller Corona-positiv getestete Personen und ihre Kontaktpersonen informiert werden, desto weniger kann sich das Virus verbreiten. Die App hilft Ihnen also, sich selbst, Ihre Familie, Ihre Freunde und Ihr gesamtes Umwelt zu schützen. Ohne diese technische Hilfe müssten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter jedenfalls persönlich verfolgen. Das ist sehr zeitintensiv und oft ist es gar nicht möglich, alle Kontaktpersonen zu finden, denn wir erinnern sich schon an jeden Menschen, den man mal getroffen hat. Die Corona-Warn-App löst diese Probleme, macht sehr viel Sinn und das heißt natürlich auch, dass wenn wir einfach mehr wissen, wer wie wo infiziert ist oder einfach wissen können, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass jemand infiziert ist, dann führt es dazu, dass man zum Beispiel auch eher Restaurants wieder besuchen kann, Beschränkungen aufgehoben werden können und so weiter. Also gerade für Leute, die die Beschränkungen kritisch sehen, denen empfehle ich diese App, weil sie mit Nutzung der App dazu beitragen, dass diese Beschränkungen eher aufgehoben werden können. Genau, hier habe ich Informationen, da gehe ich noch rein, über die App häufige Fragen, da ist jetzt nichts, was mich gerade interessiert. Einstellungen, die Risiko-Ermittlung ist an und die Mitteilungen sind an und ich könnte alles zurücksetzen. Okay, das finde ich eigentlich jetzt mal ganz gut. Ich gehe noch auf I hier oben, da gibt es noch einen Überblick, da wird noch mal ein bisschen erklärt, wie das Ganze funktioniert. Wichtige Begriffe und so, sehr schön, sehr schön, haben wir jetzt alle schon ein paar Mal gehört. So, gibt es jetzt noch irgendwas zu sagen dazu? Hm, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, vielleicht können Sie diese ja unter dieses Video posten, vielleicht kann jemand da dann antworten und vielleicht sogar ich. Ich bin kein Virologe, ich bin kein Programmierer, ich habe zwar schon öfter mal programmiert und ich hatte acht Jahre in einer Computerspielefirma und bin seit ungefähr sieben Jahren in München beim Medienzentrum München bzw. JFF als Medienpädagoge tätig und bin, ja, also ich würde sagen, ein kritischer Verfassungspatriot, damit Sie mich irgendwie einschätzen können, wie ich mich so verorte. Mir ist Datenschutz wichtig, mir geht Datenschutz nicht über alles, ich nutze Social Media und Co., aber ich passe auf, was ich da tue. Jeder hat da ein bisschen unterschiedliche Art und Weise, damit umzugehen. Ich finde es wichtig, dass man weiß, was man da tut und das weiß ich relativ genau, aber es gibt natürlich Leute, die viel vorsichtiger sind als ich und die kritisiere ich auch nicht. Es gibt Leute, die sind weniger vorsichtig als ich und die versuche ich nicht alle zu kritisieren, aber hier und da ist es doch schon so, dass ich versuche, andere Leute ein bisschen zu informieren. Ich habe schon ziemlich viele Workshops zum Thema gemacht, wie Apps funktionieren, wie Facebook und Google finanziert sind, was für Auswirkungen das hat, auf einfach der Art und Weise, wie zum Beispiel Apps entwickelt werden, wie sie funktionieren. Da gibt es ganz, ganz viele schöne Informationen im Netz und ich finde es sehr wichtig, dass mehr Menschen bei uns sich kritisch mit solchen Themen auseinandersetzen. Medienkompetenz ist ganz wichtig. Medienkompetenz heißt nicht, dass man ein Gerät bedienen kann, es wäre eine Bedienungskompetenz. Medienkompetenz ist auch wichtig, dass man kritisch technische Sachen und Medien betrachten kann und auf der anderen Seite haben Medien auch sehr viel Potenzial, das darf man auch nicht vergessen. Wichtig ist, dass man die richtigen Dinge auf richtige Weise und so, dass es für einen gut ist und für die Gesellschaft am besten auch macht. Also jetzt wissen Sie auch mal ein bisschen Bescheid, wo ich so stehe. Und ja, das war's. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen geholfen. Wurde ziemlich lang, aber lieber mal zu lang als zu kurz. Dankeschön! allen Dingen! Danke! echt γά